Bei diesen Marken könnt ihr guten Gewissens Hemden kaufen. Appearance hat wahrscheinlich noch keiner von euch gehört, aber tolle kleine Marke, die schöne Hemden anbietet. Hergestellt wird sie in einer kleinen familiengeführten Fabrik in Porto, die großen Wert auf Umwelt, Arbeitsbedingungen und lokale Arbeit legen. Stanströms ist auch wieder eine schwedische Marke, aber etwas etablierter in Deutschland und bei Herrenausstattern wie Äckerle zu kaufen. Tolle Qualität, jedoch zu einem nicht allzu günstigen Preis. Dafür bekommt ihr aber ein Hemd, das seit der Gründung der Marke 1899 immer weiter perfektioniert wurde und die Marke dadurch Hoflieferant des schwedischen Königshauses schimpfen darf. Surf Sweden, ich hatte sie schon mal in meiner Story erwähnt, eine Marke, von der ich diverse Anzüge und Mäntel wie auch Hemden besitze. Ich kann euch nur raten, immer mal wieder einen Blick in die skandinavischen Länder und Marken zu werfen, was eure Kleidung angeht, denn dort herrscht ein anderes Level an Ästhetik, Design, Purismus und Qualität.